damit herzlich willkommen zu einem neuen stream mit mir heute alleine diesmal spiel ich auch wieder was neues und zwar company of heroes das habe ich persönlich heute zumal erstmal gespielt ich mache jetzt extra bisschen alles lauter so dass man es auch hört auch die schöne musik weil ich glaube es ist etwas leise ja wir spielen einfach die inversion der normandie ich guck mal ob ich mir dann irgendwann später auch die dlc ist dazu kaufe dann auch streame aber sicher bin ich mir nicht aber zu 100 prozent werde ich jetzt die invasion der normandie spielen so wie es im titel steht damit schaut ja schon mal zu omaha beach mission ja moment ich glaube ich stelle ich spiel den einfach normal gut omaha beach omaha beach 6 juni 1944 die die able company hat den befehl doch weit zu sichern und alle deutschen befestungen in diesem bereich auszuschalten damit wie ich sagen start ich glaube ich jetzt schon jetzt kommt der zwischen sequenz da werde ich dann richtig still sein nein nicht das zu toll spielen so ich freue mich ich habe schon eine längere zeit nicht mehr gestreamt ich weiß das lag einfach daran dass ich lernen musste die schule weil die schule ich bin ja auch noch ein schüler genau damit wenn ich erstmal stehe moment ich stimme ich mal ganz kurz damit viel spaß ich rufe ich Untertitelung des ZDF, 2020 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 Ach, come on. Gibt's nicht. Ey. Bitte. Ach, toll. Ja, Moment. Ich muss. 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 Amen. 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 Ah, jetzt... Äh... Äh... Jetzt geht es auch. dann nochmal von vorne aber diesmal überspringe ich die zwischensequenz weil ich glaube das war eh schon das ende hat man gleich auch schon erkannt dass das ende sein sollte von der zwischensequenz so ich habe heute schon ein paar runden gespielt naja eine nur kunst zum aufwärmen die able kompanie ist über den ganzen strand verteilt wir müssen rüber zu dem kies ich will kurze spritz bis zum kies sehen auf feindliche angestellung achten wir haben männer beim kies aber wir brauchen mehr wir müssen nur noch ein paar zusätzliche gruppen zum kies bringen wir brauchen pioniere um den straffeldraht zu sprengen bringen sie zum kies Wir müssen den Bunker ausschalten! MZ-42, jetzt sind zwei! Pioniere, jagt die Staffel lang in die Luft! Okay, geht mal her. Alles klar, es kann losgehen. In Deckung! Achtung, Granate! Oh Gott. Keine Pause, bis diese MZ-42 ausgeschaltet sind! Pioniere, Sprengladungen zu dem Bunker! Los! Schaut, los! Schrauben, los! Schrauben, los! Beide euch, die Jäle! Los! Achtung, Schrauben! Los! 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 Hier, Markerad, ist nicht gesichert! Schafft ein paar Männer dorthin! Schaltet alle deutschen Einheiten aus, die den Zugang sichern! Auf! Achtung! Wir sind alle in der Falle! Schrauben, Schrauben! Schrauben, Schrauben, Schrauben! Die Krauts verlegen unsere Schnellung mit Feuer! Los! 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 Schrauben, Schrauben, Schrauben! Schrauben, 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 Sch Los, 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 meine Reise, redig! Wir da! Hier! Die Wachstöchter! Ja? Hier, Schöpfung, los! Die Wiesung, meine Damen! Wenn Sie die Reise, streich, redig! Los geht's! Scheiße, ich wurde gestocht! Die Reise, los! Das ist Sergeant Cuddy. Bereit? Ja, Sir. Rückzug! Rückzug! Da bist du wieder! Wir müssen diese 88s ausschalten. Sergeant, sammeln Sie Ihre Männer. In Ordnung, zuhören. Erste Gruppe bereit machen zum Vorrücken. Okay. Wir haben es geschafft, ich bin. Das ist ein Glück, ja? Achtung! Los, hoch für uns, Gruppe, mir nach! Verteilt euch und seht zu, dass ihr im Leben seid! Ich bin Ihre Befehle, Sir! Wir sehen, wir schütteln! Los! Die Deutschen bekommen Verstärkung aus diesen Bunkern. Wir versuchen sie mit Sprengladungen auszuschalten und so Druck vom Landekopf zu nehmen. Unten bleiben diese Gäsenbrühe! Gute der Schilf! Hier! Weg, zuhören! Auf die Waffe! Achtung! Hier ist Scharfschütze! Versuche zu schießen! Sie will ihn erschütten! Der drüben ist ein Schichter! Der Graschützer stoffen möchte! Der Graschützer stoffen möchte! G.I. WB-Bumm, Leute! Dieser hat ein Deutsch durchwiesen! Ja, ist das MG! Folgt den Räden und fallt ihm in die Flanke! Hier, die wir hier! Ja, Scharfschütze! Versuche zu schießen! G.I. G.I. Zurufe! Zurufe! Verdammt! Köpfe runter! Die G.I. ist bereit! Laufstück der Memmen! Doch, hier zum Klima, ist passend! Gehen wir bereit. Gehen Sie! Ich! Es ist nicht zieler geblieben! Seid vorsichtig, Jungs! Ich hätt euch die Waffe! Haltet die Köpfe unten! Wir rücken ab! Sind schon dabei! Das für ein Prozess wird eine Warte! Wir sind in den Schützengräben. Sind schon dabei. Wir sind bereit. Fertig. Setzt euch endlich in Bewegung. Los geht's. Könnt ihr noch sagen, wir nach. Dann folgen wir mal. Alles gleich. Ständig eure Umgebung im Auge. Kontakt. Große, was ihr liebt. Angreben. Verdammt nochmal. Na los. Wir sind bereit. Verhält euch gefällig. Jagd diese Bastarde trotz. Wir werden fertig machen. Das wird dann noch sehr viel gefallen. Scharf, scharf, schütze. Die Fronteinheiten machen. Jagd auf uns. Feind verschoben. Wo ist mein Ziel? Die Bequerel haben wir schossen. Die Bequerel haben wir schossen. Alarm. Feind verschoben. Ich brauche irgendwo die Stellung in Feuer. Ja, wir sind jetzt in die Luft von unten an. Falls ich den Infanterie verdichte. Na los. Vereint euch gefällig. Verrägt ihr Fenner. Sterbt. Ihr Batterie, ich höre. Bereit zu feuern. Feiert. Wir niere unter Beschuss. Macht schon. Bereit. Hinbewegen. Wir versuchen es verkündet. Wollt ihr etwa ewig leben? Verdammt schießen Sie sich. Feiert. Bleiben wir uns gleich in den Dreck. Na los, Feiner. Vereint euch. Wir sind gezwungen. Leute. Bewegung. Seht weiter links. Bereit. Bewegung. Bewerbs. Bleiben miere. Wie stehen wir? In Ordung. Zuhören, Leute. Bewegung ver dopo. Gemeinden die Abständen. Israel verliebt. Schreist. Bewegung. laıldı. Auf die Nahmacht. Bewegung. Doug, reet ist frei. Stein sch explains. okay das spiel ist verdammt laut dass ich mich selbst nicht hören kann ein bisschen alles etwas leiser das ist eigentlich gar nicht geplant das geht das waren alle bunker gute arbeit kümmert euch um die 88 los okay das müsste reichen wir haben noch eine 88 um die wir uns kümmern müssen das war's 88 batterie zerstört ausgezeichnete arbeit sergeant conti melden sie dem hauptquartier dass unser abschnitt gesichert ist und die panzer landen können das ist was der sagt gar nichts sicher die gegner und gab durch ein die doch kommt schade okay ich hab alles gemacht dann einfach fortfahren zur nächsten mission siebenhundert mann sterben an jenem morgen auf diesem kleinen strand abschnitt weitere 1500 wurden verletzt 300 gelten als vermisst vermutlich sind sie alle ertrunken das war eine gute männer bis zum sonnenuntergang gingen über 156 tausend männer an land die invasion hatte begonnen oder wie mein vorgesetzter zu sagen pflegte die hölle hat ihre tore geöffnet in der nacht zuvor waren in der größten luftlande operation aller zeiten drei divisionen fallschirmjäger hinter feindlichen linien abgesetzt worden ihr missionsziel bestand darin wichtige straßen einzunehmen und einen gegenangriff zu verhindern der die ganze invasion gefährdet hätte der erfolg des d-day lag ganz allein in den händen dieser männer und okay jetzt spielen wir wahrscheinlich die 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 division und ich freue mich also ich hoffe ich kann eigentlich mal wieder was bauen ich glaube noch nicht im späteren verlauf wird man wahrscheinlich was bauen können aber jetzt noch nicht naja sieht so aus Hans dein Fressen ist unter aller Kanone ich werde diesen Fressen nicht essen ich bin nicht deine Mutter Arschloch du koch doch dein eigenes Fressen und oder die 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 Oh. ja, habt ihr gesehen, wie fiel es war? ok Fox-Kompanie äh, Aufdach, Terran-Homisch, Einheiten lassen sich weniger leichter was ist denn, schneller oh, das ist gut, das ist die Fox-Kompanie Erbon-Ranger Moment so, dass wir ein paar Leute mehr sind wäre wirklich nicht schlecht da warte ich kurz hier sind zwei drei fünf sieben wird schon gehen die Deutschen erwarten uns Stellung bauen ah, ok, die können Terminen, Durwarten, Kosten und Samzecke bauen boah, nice okay, insgesamt sechs Leute pro Ranger-Trupp dann warte ich noch auf den da kann man ja schon mal wussten boah, wie gut das Spiel immer noch aussieht schaut euch mal die Soldaten an, wie gut auch boah, weil ich hab ja alles auf Ultra boah, langsam, langsam, langsam ja, gut Ich weiß nicht, dass wir uns kümmern müssen. Verschwinden wir von hier. Die schlechte Nachricht ist, dass hier in der Gegend noch mehr davon sind. Wir werden uns wohl um sie kümmern müssen. Ja, okay, hier ist aber gekämpft. Scheiße ich mich, ob ich... Unser Missionsziel besteht darin, dieses Gebiet zu sichern. Die Deutschen haben in diesen Bereichen Flugabwehrgeschütze in Stellung gebracht. Wir müssen sie ausschalten, um die Absprungzonen zu sichern. Solange die Flugabwehrgeschütze in einem Sektor noch nicht ausgeschaltet wurden, bleibt dessen Absprungzone gesperrt. Was bedeutet, dass wir dort keine Fallschirmspringer absetzen können. Des Weiteren besteht unsere Aufgabe darin, diese strategisch wichtigen Punkte einzunehmen und so zusätzlichen Nachschub zu sichern. Danke, dass er mich einfach unterbrochen hat. In Ordnung, Männer. Ihr habt den Lieutenant gehört, wie wir diesen Punkt haben. Nein, und zerstören wir die Flachs. Feuertruppe herhören. Feuergefecht voraus. Weiß jetzt nicht. Oh, moin, Martin. Es geht. Es geht, es geht. Okay, ich kann es nur nicht bauen. Gerade. Dann geht es auch nicht in den Kindern. Was. Welches brauchen. Ja, komm. Oh, ist ja gut. Ja. Hierher. Ja, Pana. Ja, Pana. Einfach hier danach. Oh, boah. Ich gehe bitte zurück, nur durch die Panzer strecken. Nochmal. Ähm, weiter bauen. Ich gehe bitte zurück. Ich gehe bitte zurück. Ja, komm, Alter. Ja, komm, Alter. Komm, ihr habt zwei Tanzerschöne. Oh, ich glaube, das ist das. Verdammt. Ah, da. Feuer einstellen. Okay, nice. Ich gehe bitte zurück. Ich gehe bitte zurück. Wir brauchen schwere Waffen, wenn wir sie ausschalten wollen. Verdammt. 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 Ah, ja. So. So, geht hier lang? Dann kann ich... Ah, okay. Das ist halt so, wie ich lacht, die da schießt. Ups. Das geht doch schneller. So. Okay. Klar, ich dacht, das würde viel zu nehmen. So. Jetzt mal mehr. Ah, ja. Ah, ja. Ah, Bevölkerungslimit erreicht. Okay. Okay. Oh. Warte, kann ich Schiff einfach durchhalten? Ja, kann ich. Hört mal. Ist näher an sich Fahrzeuge. Dann gibt es hier auch. Ich glaube, die schicke ich doch lieber hier, die ich jetzt erliebe. rät in. Südlicher Straßensektor erobert. Oh, was? Das ist 66 Leute ineinander. Weird. Aber okay. Okay. oh ich habe es in der Gegend umzustehen die Gruppe ist festgenagelt gibt ihnen Feuerschutz die Gruppe ist festgelegt hier auf den Beraket ihr auf ein der ... ... ... ... ... ... ... ... Das Ziel ist erledigt! So. Oh, okay. Dadam, die sind tot. Na gut. Dann. Eine Tüte voller Schrott. Kommt sofort. Das ist eine Munitionsküste, okay. Hier Ranger, Bewegung, Bewegung, Bewegung. Das ist ein Schiff. Ähm, hier werden wir schon. Waffen wir nicht mehr? Wir haben nicht mehr rausgefahren! Wir haben nicht mehr rausgefahren! Wir sind nicht mehr. Bewegung, Bewegung! Wollt schon weg. Ach so, verdammt. Waffen! Waffen wir nicht mehr raus! Nee! Waffen wir das! Vorhin sind das aus! In? ...weil wieder im. ...weil die volle Stärke. Ja... Ich hatte... ...weil die Einheit... Okay, die bauen jetzt hier, die bauen das jetzt mal, dann ihr nehmt Park, hier geht ich so hin. Wie lauten meine Koordinaten? Hier? Die Bevölkerung ist damit erreicht. Okay. Okay. Die Stellung verlagern. Hier, Falschaumjäger ausschaut nach dem Kreuz. Was kommt denn mit? 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 Was ist dein Mensch? Was ist das? jetzt die Patrouille weg ist sicher wie die restlichen die 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 M.G. Feuer! M.G. Feuer! Die sind hier! Ich habe eine Zeit, die wir uns in den M.G. A.V. B. A.V. 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 Das war's für heute. Die lauten meine Koordinaten. Crowd-Einheit erledigt. Wir brauchen Position. Wir schaffen noch ein Weg. Unsere Abwehrgruppe unter Weitbeschung. Die lauten meine Koordinaten. Bereit zum Feiern. Feier! Oh, ganz schnell. Oh, ich hatte das gerade den Mannschaft. ...kürst du das nicht? Die lauten meine Koordinaten. Auf, die lauten die Koordinaten. ja 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 die hohe Stärke ja das ist gut wenn ihr die volle ähm stärker hat wäre wirklich gut Nances Gutes Gutes Zwei MGs ist gar nicht los Haltet eure Köpfe und wir wechseln die Stellung Denkt daran dass ihr die Gegend im Auge behalten ähm hier gibt es nicht ich mein Moment ja Luftunterdrückungsfeuer MG bereit Schießt Dramatische Die Vordeca Dramatische Bereit für den Kampf Denkenswert Machts Demkenswert Den Marken Be in die HLED Schießt 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 Lass uns spazieren gehen Schnapp euch das Ding und Bewegt euch, sonst reiß ich euch den Arsch auf! Schieß! Schieß! Bewegt euch, sonst reiß ich euch den Arsch auf. Schnappt euch das Ding und los. Ihr Elf Oberst, ihr beschützt. Wie lauten meine Koordinaten? Ihr Wanderer ist ja nicht. Ranger, die veranstalten hier ein heißeres Ziel schießen. Soll ich mal wieder wegbewegen? Und hier oben. Gut. Gut. Gehen wir. Ranger, bereit. Ranger, los, los. Wir haben es auf uns ab. Wir sind verstanden. Kommt zurück. Kuppel steht unter Beschuss. Aber da habt ihr gerade zuvor. Ja, da habt ihr eine heiße Einheit ausgeschaltet. Ihr baut... Ihr baut... Ach ja. Ich muss nicht sagen. Alter. Oh, Alter. Oh, Alter. Ich muss nicht sagen. Oh, Alter. Oh, Alter. Ich muss nicht sagen. Oh, Alter. Ja. Ich meine, wir sind dann knapp da. Boah, ich habe mir fast die eigenen Leute getroffen. Oh Gott, nein, Nazca. Ja, hier. Hier ist der Zuma. Seid vorsichtig! Erledigt man den Deutschen. Wie lauten meine Chor und die Dachten? Verlegen wir sie mit Feuer! Äh? Äh, ich dachte schon. Aber hab ich da nie gehört. Unser Drückungsfeuer! Wir sind hier abgeschlachtet! Wir sind hier ab. Aber wir sind hier ab. Wir sind hier ab. Wir sind hier ab. Ja, wir sind hier ab. Oh, okay. Was für ein DG. Was für ein DG. Wir sind hier ab. Ich hasse es in der Gegend umzustehen. Und die ist so... und die sind sicherlich. Na los! Was? Fertig! Die Hegel ist gegen die Kraft! Sie laufen meine Koordinaten! Feuer unterstützen und was eingenehm! Die Deutschen müssen fertig machen! Die Erbungsmüge! Die Erobere reifen! Sie nehmen Sie so weit! Wollt werden Sie! Knie nach hinten! Ich nehme die Bewege! Boah, ich entdeckte mich doch! Der Elbo, denn. Wollt werden Sie! Wollt werden Sie! Wollt werden sie mitWERk! Wollt werden Sie das? Wollt werden Sie! Jetzt, das ist verdammt. Ja, dann geht die noch. Da liegt ja verdammt, weil sie ganz zählen sind. Das ist nicht völlig sicher. Nur noch einer übrig. Jetzt ganz schnell weg. Weg, 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 weg. Weg, 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 weg. Heißt, alles zerstört nach zwei übrig. Ok. Nur da. Nicht schlecht. Panate. Oh, ey. Die neuen Kriegarten sind reingegeben. Aber schwarz. Das habe ich noch nie gesehen. Oh, gut. Hier, hier ist noch eine Kriegarten. Hier ist noch eine Kriegarten. Was ist denn vor? Der Kurser, wer ist denn da? Der Kurser, wer ist denn da? Die Luft, meine Koordinat. Euer noch feindliche in die Batterie. Ja, gut, Alter. Nein, 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 das wird leicht waffenbeschossen. Die Deutschen haben uns gebaut. Bis dann. Oh, Gott. Ja. Die hier. Hier. Pua. Auch, okay. Das ist die Bühne. Das ist die Bühne. Die hier nach. Das ist die Bühne. Das ist die Bühne. Die Position ist gesichert. Vielleicht sollten wir uns hier ein- deutschen die lauten meine koordinaten die lauten meine koordinaten ja ja perfekt oh ok wie du so nase soll ich da sein und wie wir das einnehmen werden wie lauten meine koordinaten wie lauten meine koordinaten die lauten meine koordinaten die lauten meine koordinaten die 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 Da! Da! Das war's! Da! Ich hab's den Mörsen! Da geht's doch nicht! Wir nehmen die Zielposition ein! Wir nehmen die Zielposition ein. Habe ich hier noch irgendjemanden. Die habe ich ja noch. Spür mich. Ich gehe da lang. Weil ich möchte gerne den Punkt haben. Wie sieht das das Rot? Wahrscheinlich so eine Grenze. Und noch mehr? Äh, ne? Da. Ah. Ja. Erlebt. 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 Das ist gut. Los, bewegt euch Leute. Wir haben einen Auftrag zu erlösen. Boah. Ich glaube, wenn ich jetzt da die Europa fahre. Dann kann ich... Ähm... nochmal neue Daten. Genau. Ich geh erst nicht hier hin. Ha. Äh. Boah. Da sind noch richtig leise Daten. ja. Ja. Neue Daten. Neue Daten. Die gehörte zu uns. Gehen wir. So gefällt mir das. Bazookas und schwerer MGs. Nehmt mit was ihr tragen könnt Männer. Ich werde die dann einkesseln. So, jetzt ein bisschen. Und Sniper. Ich bin einfach lieb. Und ich es auch schon auswendig kenne. Ich wusste doch, dass ich diese Einheit bekomme. Und vor allem den Scharfschützen hätte ich niemals erwartet. Das ist halt so eine krasse Einheit. Geil, einfach bitte einmal drehen, dann, ne? Okay, hier bekomme ich nichts. Schade. Aber okay. Genau, ich weiß, dass hier sogar noch eine Patrouille kommt, deswegen baue ich schon mal Minen, dann. Mit denen. Okay. Die gehört jetzt zu uns. Gehen wir. Okay, die werden dazu. Nice. Boah, ich habe fast alles so batiert. Ich bin da hinten so da. Das ist ein Scharf-Württemberg Oh ne Und jetzt fliehen er nicht Ja Gute Arbeit Die Straße ist gesichert Das waren 30 Oh Was war da? Ja Hier habe ich noch die Daten Oh mein Gott Die sind jetzt wirklich meine Daten Und jetzt Keiner mehr Und die Beine die haben Lauf Der Tod kommt raus Der Tod kommt raus Und jetzt Der Sniperstart Der Sniper ist wirklich mächtig Alle Flugabwehrgeschütze Alle Flugabwehrgeschütze sind zerstört Gute Arbeit Männer Sämtliche Absprungzonen sind offen Wir nehmen die Zielposition ein Von Westen Von Westen kommen noch mehr Crowds Aber okay Ein Konvoi der 91 Grenadierdivision bewegt sich entlang dieser Straße Wir müssen sie aufhalten Die Aufklärung meldet, dass der Konvoi nur noch wenige Klicks entfernt ist Uns bleibt also nicht viel Zeit Benutzt den Bunker und Flugabwehrgeschütze Um dem Konvoi einen netten Empfang zu bereiten Mit Hindernissen und Minen können wir die Deutschen genau dort zum Stehen bringen Wo wir sie haben wollen In Ordnung Unsere Jungs werden in ein paar Stunden am Strand eintreffen Wir müssen nur dafür sorgen, dass es auf dieser Straße keine Feindbewegungen gibt Okay Ihr habt den Mann gehört Geht nicht lang der Straße in Stellung Ja, hab ich einfach Minen gebaut Dann Na los, besetzt mal jemand diese Flak Beginne mit dem Bau Huah Huah Wir haben schon bald wieder die volle Stärke Wir haben die Einheit ausgeschaltet Huah Achtet auf eure Deckung und folgt mir Ah Hier Batterie, ich höre Okay, ich glaub das müsste reichen Mörser hier Beeilung, bewegt euch ein bisschen Ah ja Das ist Mörser Zielposition ist gesichert Mörser bereit Mörser-Truppe in Bewegung Okay, los geht's Igels Eine das Gebäude, sucht euch Deckung Q-Elite Was ist die Lager? Wie ist die Lager? Ja Ich hab jetzt so wenige Soldaten Die Deutschen erwarten uns Ich hab auch vielleicht so da raus Beginne mit dem Bau Nein Die Deutschen erwarten uns Infanterie Reserve in Marsch gesetzt Verstärkung wird eingeleitet. Alles klar. Wir haben den Bauauftrag ausgeführt. Mehr habe ich nicht. Okay. Was mehr sonst? Ich habe ja einmal... Ich dachte schon, der Konvoi kommt. Okay, los geht's, Igels. Falsch am Jäger. Hä? Bringen wir es hinter uns. Beginne mit dem Bau. Und dann... Hört mal. Es nähern sich Fahrzeuge. Achtet auf eure Abstände. Los, Bewegung. So, ich hoffe, die werden jetzt... früh genug... abgebremst, dass ich noch da unten noch welche bauen kann. Der Konvoi. Wie, wie. Will das jetzt etwas länger dauern? Bekommen. Ho, ho. Ah, es sind hier mehrere. Okay. Okay, okay, okay. Ich finde es auch so gut. So, mal noch die... Okay. Komm, er hat plötzlich was. Gut zu schaden, nice. Joah. Boah. Kritik auch nicht gut ra. Ich glaube, die Flak brauche ich gar nicht, ich brauche nur einen Key-Stütz, das ist immer wichtiger. Zumindest ein bisschen wichtiger. Äh, hier einmal. Kannst du schaden? Warte kurz, ich habe keine mehr. Ich habe keine Sonnenschläge. Wir müssen diesen Zugang von Ihnen zu uns abschätzen. Wechsel Stellung! Die Kontrolltion wurde abgeschossen. Die Kontrolltion wurde abgeschossen. Oh, das hat hat faked. Das hat hat faked. Eigentlich habe ich noch nicht alles erledigt, aber okay. Also die Minen sind echt gut, um die Dinger wegzusprengen. Ich hoffe, die Able Company weiß unsere Arbeit zu schätzen, Sir. Das werden Sie. Davon können Sie ausgehen, Sergeant Carota. Das werden Sie. Okay. Wahrscheinlich gibt es hier so verschiedene Trupps, die man dann spielt. Jetzt hier die falsche Mikro und am Anfang die Able Company. Mission Effels. So, Baker Company retten, Munitionssektor sichern. Ja, ich habe wieder alles geschafft. Die Fallschirmspringer waren weit über ihre Absprungzonen verteilt. Ganze Einheiten wurden versprengt. Es herrschte völliges Chaos. Einige Männer haben drei Tage gebraucht, bis sie ihre Ausrüstung gefunden hatten. Andere kamen nicht mal mehr dazu, danach zu suchen. Trotzdem gelang es den Männern, die Deutschen mit ihrem Angriff völlig zu überrumpeln. Sie sicherten alle Straßen, die zum Strand führten. Ihr nächstes Einsatzziel war die an einer strategisch wichtigen Kreuzung gelegene Stadt Carantan, die Omaha und Utah Beach miteinander verbannt. Okay, Straßenkampf, äh, Häuserkampf, sorry. Oh, also ich mag Häuserkämpfe gerne spielen. Als Beispiel Heldet Luz gibt es ja auch hier die Stadt als Math. Wirklich geile Kämpfe. Um einen Vorstoß der Achsenmächte zwischen den Landezonen der Alliierten zu verhindern, muss Carantan eingenommen werden. Wir werden von Norden her anrücken und von dort in die Mitte der Ortschaft vorstoßen. Unser erstes Zielobjekt ist die Kirche. Nachdem wir die Kirche eingenommen haben, wird sie uns als Feldhauptquartier dienen. Wir erwarten, dass das sechste Fallschirmjägerregiment die Stadt mit allen Mitteln verteidigen wird. Wenn wir den Sektor gesichert haben, ist Carantan unter unserer Kontrolle. Okay. Meich. Komm, Mann, oder was? Oder was ist ein Rang du auch gemacht? Okay. Gertfahrzeuge kann Gruppen in ihrem Umfeld verstärkt nutzen, wenn diese Taktik offensiv auf dem Schlachtfeld. Ja, guter Tipp. Ich sag's euch, Yankees und Cubs, erstes Spiel, 38. World Series. Lefty Gomez war einfach der beste Pitcher. Hey, Luis, ich glaube, er hat dich gerade Pitcher genannt. Wer war es denn dann? Keine Ahnung. Vielleicht Ruffing? Ach, ich liebe Männer mit einer eigenen Meinung. Ich sagte doch schon, ich habe keine Ahnung. Mein kleiner Bruder, der wüsste es. Dann ist langweiler sein wohl vererbbar. Ha, das können sie laut sagen. In Ordnung. Die Klappe halten und verteilen. Haltet die Augen offen. Es könnte schon bald zu ersten Feindberührungen kommen. Das ist jetzt nicht etwas zu wenige, um eine Stadt einzunehmen. Oder so ein Vorort. Wenn man schon weiß, dass da Deutsche stationiert sind. Und dass das so ein wichtiger Strategie ist. Es war klar, dass es nicht weiter ist. Das Café! MG42, zweite Etage! Bei einer Gutsch. Ah, na gut. Also mit denen gehe ich jetzt nicht mehr. In Deckung. Wir nehmen Flankenfeuer! Wer hat Sprengladungen in das Gebäude! Drückt euch an die Mauer! So, jetzt weg, weg, weg. So, alter. Also unsere Mission ist... Ja. Okay. 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 Ah, 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 okay, okay, okay. Desenation. Oh. Also, da ist auch ein E-B-Sack. Ja, genau. Ja, genau. Ja. Oh, die sind ja fast gut. Geil, das Hauptstadtier. Ich hab keins. Sicher hat die Waffe. Warte. Sicher hat die Waffe. Oh, ich hab jetzt noch einen. Das ist noch ein. So, jetzt kann ich noch mal das Feuer. So, ich kann ihn sicher sagen. Äh, kann ich beriefen? Ich kann ihn jetzt befehlen. Ich kann ihn jetzt befehlen. Ja, komm mal. Achtung. Okay, gut schau. Achtung. Auf die Karte, Tächster! Der Tod ist doch schon oben. Ich bin in die Karte, die Du eigentlich nicht mehr genug wärme. Ich bin in die Karte, ich bin in die Karte, ich bin in die Karte. Ein Begleiter! Was ist das? Oh, noch ein Einzug. Eckberg. ich bin bereich gesichert das müssen wir nehmen die zielposition ein jetzt kann ich auch stacheldraht sogar machen ganz erschreckt hier ist ein sni... oh Gott da ist ein Sniper oh Sniper sind mies, Sniper sind wirklich mies bei den One-Hitern, die Soldaten, was bei einer schießt dann ruft Verstärkung, fordern wir Verstärkung an alter bestätigen WTF aus, auf die Straße wir wären bereit, Airborne Ranger Position wird gesichert Ranger bereit ach du scheiße vorwärts, Airborne Ranger springen auf Marsch, Marsch wollen wir mal schwingt eure Ärsche nach draußen sie war sie war ist so gut wie unter unserer Kontrolle oh Gott die Augen in meiner Richtung und uns da fest okay, an ihr geht in die Kirche hier, du müsste es doch sein da geht da ich kippe die Kirche ich kippe der Schwing hat ok Airborne Ranger bereit mit dem Einsatz seid vorsichtig Airborne Ranger in Ordnung dann wollen wir mal 1,2 für rücker auf Ok Falschermjäger seid vorsichtig Schwingt euer Herrscher nach draußen, Ranger. Schnappt euch die Waffe. Schnappt euch die Waffe. An die Waffe, in Position. Achtet auf eure Abstände. Schnappen Sie sich diese Goldsherr, es in der Gegend umzustehen. Ranger, wir mit der Waffe. Nehmt eure Beine in die Hand. So. Los, Hüpfe runter. Worte! Schicksdroppe, abrücken. Los, Hüpfe runter. Okay. Kirche befestigen. Die Kirche gesichert. Erste Gruppe in die Kirche. Errichtet Baracken. Okay. Raus, rein da. Den Niccolo, Williams, Waffen und Polos. Wir wechseln die Schnellung. Wir wechseln die Schnellung. Wir haben die milden Verluste. Raus, auf die Straße. Raus, auf die Straße. Wir haben die milden Verluste. Wir haben die Herbomranger. Wir brauchen die Herbomranger. Zusätzliche Infanterie-Unterstützung verfügbar. So, zusätzliche Artillerie. Oh Gott. Teile des sechsten Fallschirmjägerregimentes haben hier, im Ortsgang von Quarantan, Stellung bezogen. Unsere Aufgabe besteht nun darin, sie auszuschalten und das Rathaus einzunehmen. Die Deutschen werden uns erwarten. Wir müssen uns daher auf stark befestigte Verteidigungsstellungen einstellen, die vermutlich entlang der Hauptstraße postiert sein werden. Wir sollten es mit einem Angriff über die Flanke versuchen. Bevor wir angreifen, brauchen wir Verstärkung. Unsere Nachschubkapazitäten sind zur Zeit noch stark begrenzt. Wenn es uns gelingt, die strategisch wichtigen Punkte um die Kirche herum einzunehmen, wird sich die Lage verbessern. Viel Glück. Oh ja. Das werde ich brauchen. Okay. Dann mache ich selber einen Mörsertrupp und... Vorwärts, Ranger! Inquantriereserve in Marsch. Ihr M-G-Trupp. M-G-Trupp einsatzbereit. Bleibt zurück und sorgt dafür, dass der Mörser nicht unter direkten Beschuss gerät. Achso. Die Augen in meine Richtung. Schaufschützen werden. Das ist echt nicht schlecht, aber... ...nehm ich mir noch nicht. Bewegt euch, Ranger! Die Niccolo, Williams, Waffen und Munition! Schnappt euch das Ding und los geht's! Verschanzt euch bei den Fenstern! Gegenangriff! Hey, Leute! Ein Gegenangriff! Ach. 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 Oh, ich glaube, da ist ein Sniper. Ja, da ist ein Sniper. Ich kann ja jederzeit nur noch gut, aber das ist so schlecht. Das ist mir jetzt eigentlich egal. Ich glaube, da ist ein Sniper. 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 Dann... Ich glaube, da ist ein Sniper. 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 Nein, wir haben das Sniper. Ich glaube, da ist ein Sniper. Wir haben das Sniper. die lauten meine koordinaten der schuss wird eingeleitet die lauten meine koordinaten die lauten meine koordinaten feiern auf feindliche infanterie die lauten der Dann kann ich immer so gut Dann kann ich ihn Oder für mich dann gar nicht Okay Okay gut aber das kommt hier langreifen wird auch nichts die lauten meine koordinaten bleibt in meiner nähe die lauten meine koordinaten eingeleitet ranger runter also die köpfe nicht mehr rein wir haben gewehrt ja wieder ein ein ausgeschaut ja abrücken hey er geht ich hab echt damage gemacht ja ja hier sind wir echt drin wir rücken heran in bewegung er der jäger hier 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 ranger 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 hier wie lauten meine koordinaten so waffenmannschaft bereit dass ihr die gegend im auge behalten wie lauten meine koordinaten ein paar schöne luft detonationen feuer ja einfach mal so hier oh ja das ist gut das ist gut das ist super ich hoffe ich kann auch bald nicht mehr fest mit dem da wie lauten meine koordinaten laut haltet laut die einheit ausgeschlossen Oh, Ranger, die Deutschen uns nicht erwarten. Was? Wir gehen nach rechts. Die veranstalten hier ein heiteres Bieschies. Wegen. Wir gehen hier komplett aus dem Ruhm. Wegen dem Benz. Das sollte man so früh wie möglich sich holen. Wir müssen endlich von hier weg. Wie lauten meine Koordinaten? Feuern auf feindliche Infanterien. Lauf auf, bereit. Richtung und Entfernung bestätigt. Ich bin in den Zauern. Mann, ich hasse es, in der Gegend umzustehen. Falschhornjäger zu mir. Schwing deinen Arsch in Deckung, Idioten. Wir müssen nicht von hier weg. Leute, macht schon, ladies. Halt es! Nicht mehr, meine Hände! Okay, könnt ihr von der Liste machen? Die alle, meine Hände erledigt. Sir. Herrborn Ranger, verliegt er für eure Härsche! Gehen wir, Herrborn! Es ist ein Fahrzeug. Das hat mir auch nicht … Das ist wirklich … Das ist wirklich … … … or Das hat eh getan. Das hat eh getan. Das hat eh getan. Weil ich spür den Schmerz anfang. Können der Fähigkeiten nicht? Ich glaub nicht. Nein, so komm ich nicht weiter. Oh, ich bin ziemlich schlecht. Der Feind hat unsere Nachschubwege durchbrochen. Konzessione! Kampfbereitschaft wiederhergestellt! Besetzen die Waffe! Die Igel gegen die Klaus! Einschaff, Alarm! Vorrücker! M.G. bereit! M.G. bereit! M.G. feuer! Los, los, los! Der Feind hat unsere Nachschubwege durchbrochen. Schießen Sie in die Bücher! M.G. kommt in die Tür! M.G. kommt in die Tür! Haltliche Einheit, die ausgeschaltet! Der Feind kommt's denn mit dabei. M.G. beschossen! M.G. truppen! M.G. werden beschossen! M.G. in die Tür! M.G. auf die Tür! M.G. auf die Tür! M.G. beieuer! M.G. geier! M.G. zuhör! M.G. geier! M.G. schaff! Oh Gott, der erledigt den Bernd. Ja, das ist okay. Oh Gott, der erledigt den Bernd. Weißt euch zusammen, Ranger! Die Veranstaltungen hier ein weiteres Ziel schießen! Die lauten meine Koordinaten. Bereit zum Feiern! Feier! Los, renn! Weißt euch zusammen, Ranger! Die lauten meine Koordinaten. Du hast dein Verschluss erreicht, Feuer! Ja, erledigt. Ja, ein einfacher Sieg. Ja, komm. Hab aller doch alles weggefahren. Oh, erledigt sie alle. Feuer einstellen! Luis, Feuer einstellen, verdammt nochmal! Du verschwendest nur Munition. Dieser Krieg ist schließlich noch nicht vorbei! Hm, hm. Weg nach einem Krikoten. Mission erfüllt! Nice! Jetzt zur nächsten Mission wieder. Ja, er hat wieder alles geschafft. Ich will mich immer zurücklehnen, aber dann feitscht der Stuhl und ich glaube, das ist echt nervig. Ja, Masern und Käse passen wirklich gut miteinander. So, das ist jetzt eigentlich Däbelkomponier da, oder was? Nam000 1943, ein guter Jahrgang. Willst du? Warte, bis du dran bist! Ich hoffe, das ist Traubensaft, Sergeant. Natürlich, Sir. Traubensaft. Naja, es war mal Traubensaft. Vor etwa einem Jahr. Nice. Die 17. Panzerdivision mobilisiert ihre Einheiten, um Quarantan zu befreien. Wir können hier jetzt nur noch eines tun. Wir halten diese verdammte Stadt. Machen wir. Sie werden die Brücken brauchen. Wir müssen sie also verteidigen. MG-Stellungen, Minen und Stacheldrahtsperren an diesen strategisch wichtigen Punkten werden uns die Crowds vom Hals halten. Naja, wenigstens fürs Erste. Wir haben ein paar 57mm Panzerabwehrkanonen, mit denen wir die Zugänge zur Stadt schützen werden. Wir müssen dafür sorgen, dass sie nicht zu Schrott geschossen werden. Die Pioniere haben beim Rathaus und bei der Kirche Feldbaracken errichtet. Wir können von diesen Punkten aus jederzeit Verstärkung anfordern. Auf der anderen Seite des Flusses wurden an diesen Stellen strategisch wichtige Punkte ausgemacht. Erobert sie. Die Deutschen wollen Quarantan um jeden Preis zurück. Wir werden uns eingraben und ihnen einen netten Empfang bereiten. Okay. Die Verbesserungen an unserem Hauptquartier wurden abgeschlossen. Zuhören, Ranger! Infanterie Reserve in Marsch gesetzt. Verstärkung wird eingeladen. Airborne Ranger, hoffen wir, dass die Deutschen uns nicht erwarten. Wie lauten meine Koordinaten? Hört auf zu jammern und wir haben euch wurschbereitschaft. Ach, Scholl, bewegt euch. Ich hab's. Allzu gut. Wir hoffen wir, dass die Deutschen uns nicht erwarten. Wie lautet unser Plan? Eine MG-Stellung und zwar schnell. Und hier... Oh, die Minen. Okay, ich glaub, das war jetzt das zu groß. Egal. Egal, egal, egal. Ich hab vorgetan, dass die Minen. 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 Vorwärts, Airborne Ranger. Ich komm aus! Haha, die Deutschen werden Glückwunschade machen. Airborne Ranger, hoffen wir, dass die Deutschen nicht erwarten. Nun, es geht wie Airborne Ranger. Du bist es mir fast schon so ruhig. Halt in der Nashaschützen ausschauen. Airborne Ranger, hoffen wir, dass die Deutschen nicht erwarten. Das sind keine. Vertrauen mich. Okay, die capable. Oh, oh man. kampfbereit wir brauchen Pioniere um Verteidigungsanlagen zu errichten ich hab Bevölkerungsmöglichkeiten voll die deutschen werden vielleicht augen machen versperrt diese brücken und errichtet mg-stellungen ok mädels holt hammer und nägel herr schweiz nicht ab vollgetankt und eine neue die er äh schnelle reaktion anforderungszeiten wachmannschaften werden reduziert Wir können unsere Einheiten nun schnell nachführen. Genau. Airborne Ranger, bewegt euch Ranger! Bewegt euch Ranger! Ich habe ja nicht genug Ressourcen. Was ist halt das Problem? Airborne Ranger, auch hier eine Sondereinladung, Männer? Ja, natürlich. Okay, Fallschirmjäger, seid vorsichtig. Und weh, ihr schwitzt nicht. Ihr MG-Trip. Reiter, ihr schadet die Doppel. Es wird Zeitung für den Deutschen eine Lektion erteilen. Raus hier! Hey, zuhören! Los geht's! Reparieren, Staffel, Tratt, Wolfsenschneider. Boah, Moment. Hier sind die meisten, die ich geäußert habe. Was? Hier werde ich am meisten. Airborne Ranger, hoffen wir, dass die Deutschen geäußert werden. Pioniere, bereit für die Schlacht. Okay, Airborne Ranger, halt. Ja, hier pionieren. Zwei, ein. Okay, Leute, wir müssen los. Erleggen wir unsere Arbeit. Airborne Ranger, bereit, halt. Aha. Los, los, bewegt euch endlich. Einmal ist deinem abgeschlossen. Erwarte Befehle. Also, ist das ja die Panzer-Division, die vierzehnte, glaube ich. Äh, das heißt, die kommen mit Panz. Zuhören, Männer! Okay, Leute, ihr kennt eure Befehle. So, zuhören, Männer! Okay, Fallschirmjäger, seid vorsichtig. Wir haben einen Bauauftrag. Mhm, das habt ihr. Ihr, oh, ihr habt auch geäußert. So, ich muss den Zugang. Bewegt eure Ersche. Raus, auf die Straße. Vorwärts, Airborne Ranger. Sprung auf, Marsch, Marsch. Ich will zwischen uns und den Crowds einen Wall aus Sandsecken sehen. Ja, haben verstanden. Wir graben uns ein. Die Konstruktion ist ablöscht. Ihr Airborne Ranger. Okay, ich prob. Ich muss den Zugang sonst stellen. Äh, noch einen Punkt hier bekommen. Das meinte ich nicht auf 20. Ich schnapp mir nur noch kurz mein Werkzeug. Hello, Speck. Danke für dein, äh, Follow. Beginnt mit dem Bau. Danke dir. So. Ich bin wirklich gerade nicht schlecht im Bau. So, wo sind noch Truppen? Ist hier. Ich muss hier lang. Hm. Kann ich, nein, kann ich nicht. Aber hier kann ich. Okay, Leute. Ihr kennt eure Befehle. Macht's mal, bitte. Jetzt seid doch mal leise, Leute. Äh. Was ist los? Rund, du hast die Hände weh? Hört auf zu jammern und war die Hände nicht in die Straße. Bringen wir die Sache endlich in Gang. Oh, nee. Oh, nee. Die sind jetzt hier. Toll, 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 toll. Die hab ich jetzt eingebaut. Shit. Ich hab die eingebaut. Egal. Das ist nicht schlimm. Oh, Gott. Nein. Okay. Ich glaube, ich kann das weg. Aber ich kann das wegsprengen. Komm. Kann ich? Ey, das ist ja so dämlich, wenn es ging. Weg. Bitte. Oh, Gott. Also eins ist klar, ich bin bescheuert in diesem Spiel. Demer geht's nicht bei mir. Nein, ähm. Ich weiß doch nicht. Aber... Ich glaube, das ist gar nicht so schlimm. Aber dann... eigentlich sozusagen so eine Abblende kommt. Mg-Stellung hier. Mg-Stellung hier. Mg-Stellung hier. Mg-Stellung hier. Wir brauchen hier eine Mg-Stellung. Mg-Stellung hier. einen Atelier-Shark auf ein bestimmtes Zielgebiet anfordern. Dies ist gut. Ah ja, Klammenwerfer sind unterwegs. So, wären noch Männer gut. Vor allem, wo wären noch Männer gut? Wir müssen endlich von hier weg. Ich will ein Minenfeld. Und zwar genau hier. Zuhören, Männer. So. Ah ne, das waren sonst wirklich. Ich bruchte die hier. Ja, das ist ja cheap. Oh Gott, der wird das hier wirklich nicht lang überstehen. Hm. Konnte man die nicht hier entfällen? Verstanden. Wir sind fertig. Kann ich die hier jetzt machen? Hey Leute, hört mir mal zu. Verstanden. Ja, kann ich. Hm, okay. Wir Pioniere, alles okay. Kevin, du bist echt ein Trottel. Wir nach Airborne, rein in das Gebäude. Aha. So, rein ins Gebäude. Ah. Verstanden. Vorwärts, Pioniere. Hier ist noch ein Trupp. Hier ist noch ein Trupp. Geil. Ja. Verstanden. Oh nein. Das war's. Kommt. Ich hab Angst. Also, es werden auf jeden Fall Panzer dabei sein. Es ist ja eine Panzerdivision. Man sieht, wie viel Angst da hat's. Erste Gruppe, in Position. Was sehen Sie? Truppenbewegung, drüben am Stadtrand. Panzerabwehrtrupp in Position. Da kommen Sie. Bringt mir endlich Munition. Verdammter Mist. Die haben Panzer. Ja, kein Wunder. Wir sind jetzt bei Caraton. Wir greifen an. Oh Gott, oh Gott. Aber ich hab ja den Artillerie-Schlag. Den werd ich auch, ähm... Was ist denn? Oh, nicht wie noch das wissen. Oh. Wie lauten meine Koordinaten? Ranger! Bewegung, Leute! Airborne Ranger! Und abrückt, dass die Deutschen uns nicht erwarten. Oh Gott, die Armen. Ich bin da. Egal, die opfern sich, was gut ist. Egal, egal, egal. Ich bin jetzt ganz schnell. Sturks! Sturks, wir haben Sturks! Wo bleibt unsere Verstärkung? Setzt die Panzerabwinkelwehre ein und zielt auf die Seiten unter das Heck! Pioniere, fertig machen! Einmal bitte entfernen. Dann nehmen wir die Soldaten ein bisschen raus. Packt alles ein! Wir verlagern die Stellung! Okay, hier ist schon massiv. Hier sind die Jungs von der Army. Dann lass ich da so eine Lücke. Okay. Hm. Ich glaube, die ersten Wellen kann ich ja easy überstehen. Stellt sicher, dass die Crowds nicht über die Brücken kommen! Hier einpacken! Wir rücken ab! Oh Gott, der kommt hier lang. Nein, ich hab hier eigentlich alles, was gegen die Panzer gut ist. Nein. Ich bin da. Ich bin da. Die lauten meine Koordinaten. Ziel bestätigt. Leid die Feuerunterschlüsse ein. Erwin! Hey, Truppe! Wir brauchen das Erwählen. Wir brauchen die Granate. Entdeckung! Erwin! 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 Auch hier. Erwin! Die Straßen sind verliebt! Deutscher Durchbruch entlang der östlichen Brücke! Hey, was passiert da? Ach, das passiert! Deutscher Durchbruch entlang der östlichen Brücke! Was ist echt denn da? Pioniere hier! Wir haben Verluste. Echt? Wir haben einen Bauaufwand. Nein. Nein, nein, nein. Moment. Ich würde ihn schieb einfach. Oh. Kommande. Kann man? Oh. Auch kann man. Fuck down. Die Pioniere greifen den Teil aus mit euch. Keiner von euch eine Granate. Granate? Eine Granate? Was ist los? Waffe geschenkt. Wie laufen meine Koordinaten? Wartet. Pioniere wären echt gut. Das wäre nicht wirklich. Was ist das? Das ist gerade hier. Willkommen an der Front. Was jetzt? Was ist das? Wir sind hier. 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 W Holly, wir sind hier. Wir sind hier. Wir sind hier. Ich weiß es nicht da. Wir sind hier. Die hauen ja die durch die Hände Ich glaube der Kampf ist nicht der hier Das war ganz schnell. 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 Nein. Bewegung. Wie läuft meine Coordination? Untertitelung des ZDF, 2020 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 anders versiegeln wirst ach so oh Junge wie viel Anzeig ich noch habe das ist halt das klasse ich habe die alle erledigt komplett erledigt hey anscheinend sind die Jungs von der Able Company endlich da wurde auch Zeit Leute wir dachten schon er hätte euch verlaufen tja wir wurden am Strand ein wenig aufgehalten sieht aus als sei wenigstens die Able Company einigermaßen pünktlich die Baker und die Dock Company sind jetzt schon eine Stunde überfällig mit ein bisschen mit dem anderen Verein auf der Nacht aufheben wir brauchen sämtlichen Nachschub den wir aus dem Lager bekommen können Puh geschafft aber das miese war die hatten Artillerie und das war halt wirklich mies was ja damit würde ich sagen damit würde ich sagen was das für heute mit morgen dann die Mission von Montebourg ich weiß jetzt nicht ob ich es richtig ausgesprochen habe falls nicht sorry genau das spiele ich dann morgen einfach weiter dann schaut morgen wieder vorbei was ich dann streamer dann sehen wir uns jetzt gleich äh ne nicht jetzt gleich ja dann bis das die das Untertitelung des ZDF, 2020